Ich bin der Dude. Und so sollten sie mich auch nennen. Ist das klar? Entweder so oder seine Dudeheit oder Duder... Ich würd warten. Rote Kette. Ja, rote Kette geht auch wieder vorbei. Gelbe Kette. Rote Kette weg. Gelbe Kette hab ich. Ihr Neighbor. Jetzt könnt' ich schnell hier rein, bevor die Zombies kommen, aber die Tür geht nicht auf. Die Zombies sind schon da, wenn ich... Bei mir noch nicht. Die spawnen eigentlich erst. Aber ich komm nicht durch die scheiß Tür. Wo ist denn der Annie? Ich hab Angst alleine. Oh, ich krieg die Tür nicht auf. Verdammt. Oh doch, die Zombies sind tatsächlich schon da. Wow, massiver Frame-Einbruch. Frame? Ja, ein Frame Stillstand. Ich krieg die Tür hier nicht auf. Wie kommt man denn sonst in dieses scheiß Camp hier rein? Über die Zäune, es gibt ein paar Stellen, wo man drüber steigen kann. Oh ja, ich seh schon, ich seh schon. Ah, da ist ein... Oh mein Gott, da steht ein Zombie. Der wird mich daran hindern wollen. Okay, der Zombie ist wieder... ...despawnt, aber ich komm... Ja, jetzt geht's. Schnell nach oben. Aber hier ist natürlich noch nichts gespawnt. Okay, Leute. Weiter geht's. Trau mich nicht schießen. Warum? Weil ich Angst habe, dass du mich dann wieder abschießt, wenn ich schieße. Absolut. So, instant durch die Mauer. Ja, ja, im Schuss gehört. Ich schieße jetzt mal in die Richtung. Die versuchen, sich durch den Sandsack zu backen. Ja, die Zombie kommt von draußen nicht rein, weil sie das nicht gefixt hat. Nee, nee, die kommen unterm Hochstand nicht durch die Sandsäcke durch. Hä? Oh Gott, ich hab ein Messer. Ja, die wollen eindeutig raus, aber kommen wegen dem Stacheldraht nicht durch die Sandsäcke durchgepackt. Jetzt hab ich nur rote Kette. Rote Kette. Die Jungs halten wohl Ausschau nach mir? Oder machen einen kleinen Mittagsplausch? Abendplausch. Oh, ist hoch da. Irgendwann muss da mal was spawnen. Oh, 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 oh. Oh, Baby. M16 Rusty oder so. Ja, M16 hat zwei Rusty. Mit Duct Tape. Juhu! Nee, ohne Duct Tape. Taschenlampe. Jetzt kann ich mich ja nicht gegen die Zombies wehren. Gleich mal gucken, was die so hat. Ja, es ist bloß ne Taschenlampe drauf. Aber die ist echt... Oh, oh. Die sieht aber echt Rusty aus. Mamma mia. Hauptsache pink ist... Tape. Aber der Server wird langsam wieder voll. Ich denk mal, das kippt sich wieder sobald die ganzen Leute... ...sobald die ganzen Leute gejoint ist. Sind. Ich kann sie nicht mal shoppen, sie bin nicht angezeigt. Zuerst im Krankenhaus oder im Supermarkt? Ich glaube ich, ich versuch's beim Supermarkt mal. Mal gucken, ob ich's schaffe. Alter, wer mich da gerade umgenietet hat, ne, der kann sich schon mal drauf vorbereiten vom Server gekickt zu werden, mein Freund. Juhu, Maddin! Ja, Maddin! Oh mein Gott! Friendly people everywhere! Aber ist echt ganz schöner Nebel. Ich kann nicht mal richtig weit in die Stadt reintucken und, äh, tucken, gucken und hab schon ein Zombie gepult. Ich geh shoppen. What the... Hier war grad irgendeine Explosion. It's absolut possible. Oh Gott. Mal gucken, wieviel Zombies ich mit in den Supermarkt ziehe. Weil ich muss echt die Waffe loswerden, solange ich keinen größeren Rucksack hab, um die hinten reinzutun, weil... ...in der Stadt möchte ich ungern schießen. Muss ja nicht jeder wissen, dass ich hier bin. So, es ist Shopping-Time, liebe Freunde. Ich hab nen Rusten-MG gefunden. Oh, ich hab wieder nen Closing gefunden. Mal gucken, was es diesmal ist. Aber ich kann nicht schießen. Wo bist'n du? Ich muss erstmal die Waffe ablegen. In der Kirche. Weil ich brauche jetzt die Axt. Oh, ich hab nen Rocker-Outfit gefunden. Geil. Und das noch eins, warte, das ist... ...n Hobby-Pilot-Outfit. Also ich muss erstmal den Zombie mit der Axt verständlich machen, dass ich hier alleine einkaufen möchte. Dankeschön. Hab mal eine gelbe Serverkette. Nein. Hm, ich wollt' mich umziehen, ne? Doch, wirklich. Probieren wir mal... Oh, oh, hier schießt jemand. Hobby-Pilot. Hm, I don't like Hobby-Pilot. Hat das Gefühl im Schulgebot... Ähm, Rocker-Outfit? Ach du Scheiße. Ich kann mein Gesicht zum Glück nicht sehen, aber... Nein, das sieht nicht gut aus. Ich krieg die Waffe nicht mehr. Ich hab' lange Haare jetzt, Leute. Krass. Ich seh' aus wie'n Rocker. Oh, 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 oh mein Gott. Und ich hab' die Axt nicht nachgeladen und ich blute schon. Lad' die Axt nach. Nein, ich bin im... Wir kommen mal zu dir. Oh mein Gott. Ich bin im Schulgebäude, aber ich bin nicht alleine. Ich kann die Axt nicht nachladen. Ich muss mein Outfit schnell wieder wechseln. Nachdem ich mich natürlich bandagiert habe. Ein anderer Spieler. Scheiße, scheiße, scheiße. Es könnte kritisch ausgehen. Da kann ich hier liegen. Da muss mein Zivilien-Clos hängen. Ja, und du normales Feuerwehr ist noch unterwegs hier. Innenhemd gesehen. Beweg' dich! Beweg' dich! Ich kann die Axt nicht nachladen. Das ist jetzt ein Problem, würde ich sagen. Ich muss die Axt wieder hinzufügen. Verdammt. Do it, build. Und wieder zurück. Wo bist'n du, Annie? Jetzt kann ich sie nachladen. Supermarkt hinten drin. Okay, ich bin auch hinten. Box of Matches eben. Wo bist'n du? Bist du das hier? Ich bin das mit einem MG am Rücken. Woah. Hier ist ein Zelt. Komm schon, zeig' mir das drauf. Wie ist das denn? Wir sollten hier abhauen zur Fire Station mal. Ja, wie dick ist das MG? Ja. Aber keine Munition und ich... Sie wird mir im Inventar nicht angezeigt. Das ist anscheinend noch Buggy mit den... Neuen Waffen vielleicht. Ach so, was schon bei der anderen Fire Station? Ah, der eine läuft da hinten hin. Ja. Egal, der wollte nicht hin. Ja. Ja. Bei Power Plant waren schon Leute und bei der anderen Fire Station. Sorry, dass ich um Side Channel rede. Hier ist Schweidewurst. Äh. Kann mir vielleicht jemand in Lopatino helfen? Ich hab'n gebrochenes Bein. Wo ist Lopatino? Ah, zu weit weg. Haha. Oh, ich muss wieder alle muten. Ja, Ocelot lacht ne dumm. Also ich wäre glücklich, wenn irgendwer ein Lopatino ist. Einfach mal schreiben und der mir helfen kann. Tut mir leid, Schweidewurst. Ich hab'ne Uhr. Und ich hab' noch zwei Funktions... Und tut mir leid, ich bin zu weit weg. Oh na. Das war unnötig. Das war jetzt unnötig. Du hast gesehen, wer's war, oder? Ich hab' auch mal direkt kommt. Ich überprüfe das noch alle fünf Minuten. Oh, ich höre hier ein Auto. Irgendwas tuckert hier lang. Ja. Hey, standest du mit dem Open Beta Event vorher auch schon da? Könnte er mal die Backen halten? Jaaaa. Ach. Und Open Beta heißt... Dann... Immer noch nix anderes. Das heißt, dass du die Klappe halten hast. Ja, also immer nur noch für die Ausgewählten. Okay. Ja, danke. Hm. Ich würd' ja gerne mal gucken, wo das Auto jetzt herkommt. Das fährt hier grad zur Kirche über mir, oh mein Gott. Ich werde Leute töten müssen. Ich kann es fühlen. Ich hab' ne neue Pistole. Wo bist'n du jetzt, Annie? Ich hab' ne neue Pistole. Ja, wo bist du? Hm. Ich bin oben auf'm Schulgebäude grade. Mit meiner P-33. Ich glaub' hier fährt ein Panzerleute, so wie sich das anhört. Irgendein Kettenfahrzeug fährt hier. Ich kann's genau hören. Irgendein Kettenfahrzeug ist hier. Wie ist die P-33 so? Laut. Interessanter Sound. Ja. Interessant. Ich hab' wahrscheinlich gar gesagt, oder? Weiß nicht. Du hast die normalen Sounds. Ja, von der P-33 ist das wahr? Ja, gibt's die normalen Sounds auch. Das sind ja von AMA. Ah, das hört sich komisch an. Irgendwo hier am Hafen, Cerno, ist ein Kettenfahrzeug. Ich hör's genau. Da hinten steht ein Heli? Nee, doch nicht. Oh, ich komm' den ganzen näher, Leute. Hm? Irgendwo ist hier ein Kettenfahrzeug. Die können mich vielleicht mitnehmen. Oh, er staubt das hier. Ey, das ist... Das ist... Das ist... Ey, das ist die Planierraupe, Mann. Die walzt hier alles kaputt. Eine Planierraupe? Ja, die die Boma hatte. Wo ist eine Raupe? Geil. Ja, und wie wir sehen, wird Cerno ist gerade umgestaltet. Oder Cerno ist direkt. Ja, der reißt grad die Mauer komplett ein hier. Hier fährt einer mit einer Raupe rum und macht die ganze Stadt kaputt. Oh mein Gott, die Kirchenmauer. Wie kann er nur? Das Akrileg. Ich geh mal in die Kneipe. Ich hoffe, er gefährdet mich jetzt nicht, oder? Oh mein Gott, die Laterne hat mich fast getroffen. Und jetzt... Er fährt über den Friedhof. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er fährt über den Friedhof. Oh mein Gott, er fährt über den Friedhof. Hä? Oh mein Gott. Ich hab hier ne... Hat einer schon mal getestet? Hier liegt ne Dingsbums rum. Eine Lee Anfield. Dann brauche ich den Rocker gar nicht mehr mitbringen jetzt, oder? Lustiger aus. Ich brauche noch was. Ja, ich gebe dir den Rocker, dann schmeiße ich jetzt den Hobbypiloten weg. Der gefällt mir eh nicht. So... In der Kirche war ich jetzt. In der Kneipe war ich. Hier ist ne Menge Action. Der Bagger baggert noch rum hier. Wow. Ich komm mal ein bisschen in neue Richtung. Sonst wird das ja nie was hier. Hätte ich komplett nen Friedhof kaputt gemacht. Der hat bestimmt keinen Baggerführerschein. Oder einen Raupenführerschein, oder was weiß ich. Ja, das war ja aus Versehen, das war ja keine Absicht. Ja, ich habe aber auch nicht geredet. Wer ist das hier in der Kirche? Keine Ahnung. Ich habe ein Mountainbike gefunden, Leute. Das Ding, was bei mir nicht spawnen konnte. Ich komme zu euch, ich habe ein Mountainbike. Geil. Sogar der Bug ist auch gefixt mit dem Fahrrad und Motorrad, dass man so komisch drauf... Ach, das ist kaputt, scheiße. Das ist kaputt, verdammt. Wo bist du, Scar? Oh, sieht das geil aus. Sieht das geil aus. Du weißt schon, was ich meine. Warte, warte, warte. Lauf zur Scheune nördlich von Elektro gerade. Hauptsache das Fahrrad hat ne Engine und nen Fuel. Also die Hülle und der Reifen ist kaputt, aber ich kann 11 kmh fahren. 13, 14, 15, 16, also wie schnell läuft man eigentlich? Wo ist denn die scheiß Scheune noch mal? Ich habe keine Ahnung. Also ich bin jetzt bei 18 kmh. Hast du geschossen? Du musst einfach mal... Ich? Nee. Ja, ist aber auch... Ich müsste zum Krankenhaus gehen. Wenn bei der Scheune... Äh, rechts. Weiter noch? Rechts, ja. Habt ihr Morphium schon dabei? Ja. Hast du mich mitgebracht? Ja, ja, ich hab... Alles. Dann fahr ich jetzt hier weiter einfach. Äh, wenn ne Mainwaffe da liegt, dann... bräuchte ich die, sonst bekomme ich das... Nein! Oh mein God! Warum nimmst du nicht die Axt? Solang kein Fahrrad mehr gefahren. Geht nicht. Das EMG wird mir nicht angezeigt. Ja. Main Slot. Komm hin und ich leg dir meine Axt hin, als Primärwaffe. Dann kannst du das Primärwaffe aufhängen. Ja, dann wird's gehen. Ich kann's hier selber nicht mehr wechseln. Auf Primärwaffe. Ah. Server wird... D-Dost? Wusste ich gar nicht. Auch nicht. Anscheinend. Alle 1.000 abhängen. Da ist was drin in der Haupe. Oh mein Gott! Zwei Jerrycans. Einmal Morphine. Und dreimal Scrap Metal. Die müssen wir doch... ...fit kriegen. Die müssen wir doch... ...Bulldozer. Ich kann bestimmt nicht einsteigen, weil's grad laggt, oder? Alle 1.000 abhängen. Okay, da kann ich nicht einsteigen, weil's laggt. Dann kann ich nicht einsteigen, weil's laggt. D-Sync. Krass. Ich hab'n Bajonett vorne bei mir dran. Wo bin ich denn hier? Eingeklappt. Jetzt bist du... Jetzt bist du bei mir unten auf einmal. Oh, jetzt steh' ich im Auto. Unten bin ich auch lediglich. Oh, der hat sogar noch... Der hat sogar noch... Der hat sogar untergesparen. Ja, ich bin auch unten. Alter, was ist das für ne Lenkung? Ja, bleibt zumindest auf einer Seite drüben. Das ist gelade. Geil. Das Ding fährt sogar geil! Oh, ist das laut. Ja, auch bei 5. Oh, das Ding fährt nur 15, 16 kmh, Mann. So, wie der Hellwind fährt denn? Halt was Krasse. Also, hier ist ein Zombie-Dude am Auto. Ist ja ganz nett, aber... No Message Received. Oh, ich bin wieder da. Das Ding fährt nur 16, das ist mit zu langsam, dann fährt das Fahrrad schneller. Ich geh' wieder zu meinem Fahrrad. Hey! Gehen ein paar Leute vom Server runter? Ja, diese Abbooten, wahrscheinlich wegen No Message Received. Also die Zombies, glaube ich, haben mich gehört? Ne, das ist Annie. Ich bin gerade zum Tankstellen geworden, ist nix. Ich glaube rüber zur Garage. Ich sehe euch und eure Zombies. Eine Garage ist Stacheldraht. I'm coming! One is coming, two. Ich bring einen Läufer mit. Oh mein Gott, der macht mein Fahrrad kaputt. Ey, das Fahrrad ist ja mal richtig sexy. Ja, Mann, das wollte ich auch... Ich weiß schon, ob ich hinten draufkomme. Ey, das ist ein einteiliges Fahrrad. Was hast du denn da für eine Waffe? Ja, eine Karabiner. Wie, was hat er denn für eine komische Kleidung schon wieder? Tötet doch mal die Zombies mit der Pistole, Mensch. Nein, der macht mein Fahrrad kaputt, die Sau. Oh, oh, die lecken gerade ziemlich. Schieß lieber nicht, schieß lieber nicht. Es leckt gerade extrem. Ich steig mal hier runter, das wird mir gerade zu gefährlich. Wow. Oh, ich flute. Darf ich auch mal schießen? Ja, ich muss sogar. Halt still. Boah. Die 1911er klingt göttlich. Ich habe mich verliebt gerade. Ich bin bei mir ganz normal. Oh, ich... Ja, gar nicht. Ich würde schießen die ganze Zeit. Da geht. Oh, genial. Der will nicht umfallen. Ja, der ist wahrscheinlich schon tot. Nee, der läuft. Wer wollte jetzt einen Rocker-Skin haben? Oh, nicht auf mich schießen, nicht auf mich schießen. Hinterrissen. Oh, still. Keine Pistole noch nicht. Ich habe hier nicht. Oh Gott. Oh, ich muss nachladen. Das ist nicht gut. Okay, der Sound. Der Sound klingt komisch. Ja so. Ey, der hat zwei Schuss damit übernicht. Schlecht ist mit dieser Karabiner. Hä? Wo? Ich blute. Oh mein Gott. Wir sollten abhauen. Der D-Sync ist nicht. Gut. Gut. Ja, ich verbinde mich noch schnell und dann hauen wir ja. Pass auf, Dude.